Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Update-Video und damit auch einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Momentan traden wir bei ungefähr 17.700 US-Dollar. Wenig Veränderungen im Gegensatz zu gestern. Trotzdem gibt es ein paar Sachen, auf die wir auf jeden Fall eingehen müssen. Auch auf nochmal Revue passieren lassen, was gestern in der Fettrede gesagt wurde. Außerdem, welche Preisstiele sind es möglich in den nächsten Stunden oder Tagen? Sehen wir möglicherweise sogar ein neues Low ausschließen? Würde ich es auf jeden Fall nach der Ansprache nicht. Trotzdem, bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir durch. Erstmal nochmal die Kamera ein bisschen verschoben, weil es mich jetzt gestern ein bisschen gestört hat. Nach der Analyse, dass ich hier unten irgendwas gezeigt habe und die Kamera da war. Deswegen, Kamera jetzt einmal komplett gedreht. Auf der von mir aus linken Seite. Bei euch wahrscheinlich dann, ne doch, müsste linke Seite sein. Aber egal. Ja, wie gesagt, 17.700 US-Dollar momentan zumindest. Wir hatten gestern unser Hoch bei ungefähr 18.390 US-Dollar. Wir haben es nicht geschafft, ein höheres Hoch zu bilden. Das heißt, wir hatten zwar einen WIG hier bis, wie gesagt, diese 18.390 über diese Zone hier. Aber das Wichtigere wäre eigentlich hier drüben dieses Hoch gewesen bei 18.450 US-Dollar. Das haben wir nicht mal angewickt, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Wir sind vorher gestoppt, hatten eine Bearish Divergence und dann kam eben die FED-Zinsentscheidung. Nochmal, um das klarzustellen. Wir hatten gestern einen Zinssatz von 0,5%. Manche haben ja gehofft 0,25. Das war für mich persönlich eher ausgeschlossen. Ich habe sogar teilweise mit 0,75% gerechnet. Aber was ein bisschen interessanter war an der ganzen Sache, es gibt keine klare Stellungnahme. Es wurde die ganze Zeit immer gesagt, ja, das Ziel ist unbedingt die 2%, die Märkte. Es wurde dann auch gefragt, ja, ändert das irgendwie was, weil die Märkte zuletzt 6% gepumpt sind? Also Dow Jones und sowas meinte er, nee, es ist alles momentan so. Das Ziel ist ganz klar die 2% und nächstes Jahr 5,1% ist so die Target Rate. Das heißt, so 5,1% sollte das Top dann sein. Nur die Frage ist dann auch, wie lange bleibt es so? Weil er hat auch dazu gesagt, die Arbeitsmarktdaten sind Bombe. Jobbeschäftigung, also neue Jobs, wo wir uns angeguckt haben, Non-Farm-Payrolls und sowas, sind alle Bombe. Also es deutet nichts darauf, dass irgendwie ein Umsprung ist. Ist klar, die Arbeitslosenrate bei 3,7% hat sich jetzt auch nicht wirklich verändert. Und das spielt natürlich der Fett in die Karten. Und das ist ja das, was wir die letzte Zeit immer wieder angesprochen haben. Nur die Frage ist dann, wir haben ja auch darüber gesprochen, kann es wirklich sein, dass dann nächstes Jahr wirklich Richtung Februar, März dann wirklich die Inflation extrem zurückgeht? Krieg hat angefangen vor genau einem Jahr und Inflation wird ja immer ein Jahr zuvor berechnen. Und wenn wir die krassen Preiseinstiege haben und jetzt sind wir ja schon wieder deutlich darunter, kann das natürlich sein, dass die Inflation sehr, sehr schnell runtergeht und die Fett dann sehr, sehr schnell wieder gegenreagieren muss, weil das 2%-Ziel ja dann theoretisch locker erreicht ist. Weil wir haben ja dann höhere Zinssätze als Inflation und so. Und das ist ja nicht Sinn davon, sondern 2% Inflation soll es ja schon sein. Und ja, das wurde gestern auf jeden Fall betont. Für den nächsten Dingen sind es erstmal 0,25 Basispunkte eingepreist zu 75%. Nächste Sitzung ist aber dann erst am 1. Februar. Das heißt, wir haben jetzt erstmal eineinhalb Monate ruhig, aber an sich, die Daten waren jetzt nicht wirklich bullisch. Wie gesagt, der Markt hat darauf reagiert und nicht nur Bitcoin, sondern auch die ganzen traditionellen Märkte. Schauen wir uns aber gleich nochmal an. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt erstmal bei Bitcoin. Wie gesagt, wir hatten eine Bearish Divergence, sind dann ein bisschen runtergegangen, bis auf maximal 17.500 US-Dollar, haben dieses Hoch hier nochmal angetestet. Trotzdem traue ich dem ganzen Mist nicht. Und wie gesagt, ich halte es jetzt nicht für ausgeschlossen, dass wir nochmal ein Lower Low insgesamt sehen zu 15.800, weil halt eben jetzt die Märkte was deutlich Bullischeres eingepreist haben. Zwar die 0,5, das war klar, aber so von der Tonlage und sowas war das jetzt nicht wirklich Bullisch. So, wir haben jetzt ein Daily Open, wo wir jetzt schon mal rejected worden sind. Klares Ziel sind für mich jetzt erstmal kurzfristig die 17.1 beziehungsweise 17.4. Das sind jetzt die Level, die ich erstmal mal im Auge behalten sollte, beziehungsweise die wir im Auge behalten sollten. Aufgrund RSI, aufgrund eben dieser ehemaligen Widerstandslinie, dass wir hier einfach nochmal einen kleinen Support reinfinden. Sollte das hier kommen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir einfach nochmal einen neuen Versuch nach oben hin starten, in die Region um 18.500 US-Dollar, dass wir aber da komplett dann abverkauft werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dieses Level jetzt momentan zumindest durchbrechen. Hat den Aspekt, wir haben sehr, sehr viel Widerstand hier oben, seht ihr es, beziehungsweise, was heißt Widerstand, sehr, sehr viel Liquidität, die gestern aufgrund der Fettzinsentscheidung eben da reinkam und auch aufgrund der Rede. Deswegen wäre es der logische Schritt, wir gehen hier nochmal hoch, bilden so eine Art Doppeltop, sage ich jetzt einfach mal und versuchen dann wirklich nach unten hin die Liquidität zu fischen. Weil wirklich, wie gesagt, bullisch war es nicht. Die traditionellen Märkte sind da jetzt auch nicht wirklich bullisch. Das Einzige, wo wir momentan wirklich einigermaßen positiv sehen können, ist, dass es weiterhin der Daily Chart. Wir haben gestern drüber noch im Livestream drüber gesprochen, übrigens heute Abend, 19 Uhr, auch wieder Livestream. Wer Bock hat, gerne dabei sein. Wir befinden uns weiterhin in unserem riesigen Falling-Wedge-Chart-Pattern. Wir haben eine Bullish Divergence, die ausgespielt hat. RSI mittlerweile im 60er-Bereich. Das heißt, wir sind auch hier schon langsam in einem höheren Bereich angekommen, haben auf jeden Fall noch Luft nach oben und unser Falling-Wedge würde bei ungefähr 18.500 US-Dollar enden nach jetzigem Stand. Heißt natürlich auch für uns, so ein Test einfach nochmal in diese Region, wo jetzt die meiste Liquidität liegt, wäre im Bereich des Möglichen. Das heißt, wir würden hier oben dann wieder rejected werden und dann vielleicht 15.8, wenn nicht sogar tiefer. Wir hätten dann 1, 2, 3 Touchpoints mittlerweile hier bei unserem Falling-Wedge. Ihr wisst, beim 4. würden wir grundsätzlich immer ausbrechen, beziehungsweise ist da die Chance am größten. Und wenn wir dann einfach hier runtergehen sollten, nochmal Liquidität ansammeln und dann könnten wir möglicherweise nächstes Jahr das Breakout schaffen. Die Frage ist, würde jetzt der Januar extrem Bullish werden, bezweifle ich momentan sogar ein bisschen. Eher dann wirklich Richtung Februar, wenn dann die neuen Inflationsdaten kommen, die ja meines Erachtens deutlich niedriger sein sollten. Weil wie gesagt, immer ein Jahr zuvor und so. Deswegen sollten wir hier ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ob das jetzt eine Jahresendrallye gibt, wage ich auch zu bezweifeln. Wir hätten gestern einfach hier die 18.5 Daily Sicht auf den kleineren Teilfilms auf jeden Fall mal brechen sollen. Dann wäre es locker gewesen, dass wir hier 19.2 bis 19.4, wenn nicht sogar 20.6 antesten hätten können. Danach sieht es momentan aber nicht aus. Wir haben weiterhin hier, um das mal nochmal zu zeigen, unser Fractal hat einigermaßen, gut wir waren ein bisschen höher, aber einigermaßen hätte es die Richtung angedeutet. Dieses geht aber in der Fortsetzung nochmal deutlich, deutlich tiefer und würde auch bei 15.8 irgendwann früher oder später landen. Aber wie gesagt, momentan erstmal gehe ich davon aus, 17.4, dann nochmal ein neuer Versuch, vielleicht Richtung Freitag nochmal ein höheres hochzubilden und dann auf jeden Fall die Reise nach unten. Und jetzt gucken wir noch ganz kurz auf die traditionellen Märkte, war nämlich sehr, sehr interessant, das ist noch aus dem Wochenausblick. Wir haben nämlich unser CME-Gap gestern gefüllt, Schritt Nummer 1, wir schauen DXY an, DXY hat es nicht geschafft. Hier dieses Level, das haben wir gestern mal so im Chart eingezeichnet. Wir müssen über diese 104,137 kommen per Close, dann können wir in DXY-Pumps sehen, aber auch hier eine deutliche Seitwärtsphase. Dow Jones hat es auch wenig gejuckt, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Und Nasdaq, schauen wir auch mal ganz kurz, auch hier CME-Gap gefüllt, Support haben wir hier unten noch en masse erst einmal. Nächstes CME-Gap wäre dann erst hier unten bei den 11.200 US-Dollar. Also wir sind da noch weit entfernt, könnte jetzt trotzdem so ein kleiner Weckruf für die Bären sein. Wir blicken mal ganz kurz auf Ethereum, hier befinden wir uns deutlich, deutlich interessanter. Und da haben wir gestern drüber gesprochen, über diesen Weg-Livestream. Wir befinden uns jetzt momentan hier direkt am Golden Pocket, beziehungsweise haben die erste Reaktion bei 1.282 erst einmal gesehen. Auch hier kommt nicht wirklich das Volumen an. Aber sollten wir hier wie bei Bitcoin nochmal ein bisschen tiefer gehen, haben wir den nächsten Support hier unten bei ungefähr 1.265. Und das ist auch so eher das Ziel, was ich mir wünschen würde. Nachdem wir jetzt hier erstmal diesen impulsiven Pump hier gefüllt haben, wäre es trotzdem sinnvoll, hier in diese Demandbaum ungefähr 0.786 würde Bitcoin zu 17.4, 17.3, was wir ja darüber gesprochen haben, bringen. Deswegen halte ich momentan erst einmal Abstand von irgendwelchen weiteren Positionen. Gestern der Short war positiv, aber sofort wieder geschlossen nach den Zahlen. Aber ansonsten tut sich relativ wenig. Aussichten sind jetzt nicht wirklich bullish, eher hawkisch, also heißt bearish, was von der FED kam. Trades würde ich jetzt erstmal hier auch nicht setzen. Also wir haben natürlich auch hier deutlich mehr Liquidität oben in dem Bereich der 1.350 US-Dollar zu holen. Und das ist auch der Grund, warum ich momentan eher auf Short spekuliere, wenn wir hier oben in diesen Bereich kommen, als auf Long. Long dann eher sogar hier um 0.786, weil dann da unten weniger Liquidität einfach liegt. Sehen wir auch hier an dem Volumenprofil. Gibt es wenig zu holen. Mehr gibt es einfach dann auf dem Weg nach oben hin zu holen bis ungefähr 1.350. Und da dann möglichen Short, so als kleines Doppeltop dann und dann Trendwende nach unten in dem Bereich der 1.200 US-Dollar. Wäre meines Erachtens nach momentan das in Anführungszeichen bullischste Szenario bis Jahresende, beziehungsweise auch vielleicht bis nächste Woche noch, müssen wir mal gucken. Aber wirklich bullisch, wie gesagt, war der ganze Markt nicht. Noch ein ganz kurzer Blick auf XRP, auch hier wenig Veränderung. Wir hatten kurz dieses Fake-Out hier aus diesem Downtrend, wo wir drüber gesprochen haben. Sind sofort wieder rein, sind wieder jetzt komplett in diesem Descending Triangle, also auch hier wenig Veränderung. Gut, dann noch ganz kurz zu den News. Bitcoin übertraf die Finanzmärkte in sieben der letzten zehn Jahre. Ja, glaube ich, gerne nach der Performance. Trotzdem, man soll nicht immer nach der Vergangenheit sehen. Man sagt es ja immer, die Vergangenheit reimt sich, aber trotzdem, drauf wetten würde ich einfach nicht. Schauen wir, was das nächste Jahr auf jeden Fall bringt. Von der FED ist jetzt erstmal Ruhe, von den Inflationsdaten ist Ruhe. Heute kommen dann noch Arbeitslosenzahlen um 14.30 Uhr. Das könnte nochmal ein bisschen Bewegung reinbringen. Vielleicht fallen die ja deutlich bullischer für uns aus und es sind deutlich mehr Arbeitslosenanträge gestellt. Dann ist natürlich für die nächsten Wochen dann für die FED wieder ein bisschen mehr nachzudenken. Das war es dann von meiner Seite. Wir hören uns dann heute Abend um 19 Uhr wieder. Bis dahin, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.